Und wieder eine Prüfung bestanden, jetzt geht's zurück zum Adderhaus. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon im Mond. Wir befinden uns derzeit hier mitten im strahlenden Sonnenschein. Das ist viel zu hell für mich. Das ist mitten in der Nacht gerade, also eigentlich nicht mitten in der Nacht, sondern halb sieben morgens. Und ich hab die Nacht durchgemacht, deswegen können wir das Let's Play ein bisschen konfuser werden als sonst. Aber vielleicht wird es auch ein bisschen aufgedrehter als sonst, ich hab keine Ahnung. Okay, wir haben hier zuletzt die Prüfung absolviert und hier würde ich ganz gerne grundlegend auch weitermachen. Vielleicht sollten wir aber dennoch erst einmal unsere Pokémon heilen. Ich glaube, dass das eine ganz gute Idee wäre. Deswegen, Tauros, bring uns mal zurück. Ach, wir müssen erst hier runter. Alles klar. Dann würde ich unsere Pokémon ganz gerne heilen und dann könnten wir hier am Wasser auch noch langen. Denn da hinten ist noch irgendeine Plattform, wo wir jetzt noch nicht waren. Dann würde ich einfach sagen, gehen wir da unter anderem mal hin. Wäre jetzt zumindest eine Idee von mir. Und ansonsten sollen wir zurück zum Other House scheinbar. Zumindest meint Rotom das und dann gucken wir einfach mal, ob Rotom da irgendwie recht hat. Oder ob das eventuell meint, hey, wir können ein bisschen lügen. Ansonsten, vielleicht habt ihr es gerade schon bemerkt oder jetzt gerade. Wir haben eine Weiterentwicklung in unserem Team, die wir im letzten Part noch nicht hatten. Und zwar hat es sich der gute Blocky zur Verfügung gestellt, meinen Georock mit seinem Georock zu tauschen und dann wieder zurück. Das heißt, alles beim Alten. Aber Sarah ist jetzt ein Geowatz. Und ich habe auch mal die Items so ein bisschen ausgetauscht, weil wir so ein kleines Testkämpfchen gegeneinander gemacht haben. Alles ohne Einfluss aufs Pletsplay natürlich. Unsere Werte sehen jetzt wie folgt aus. Wir haben einen 92er Angriff, eine 98er Verteidigung. Das ist sehr, sehr geil. Aber nur eine 56er Spezialverteidigung. Das ist in Ordnung. Es hält sich so mit Skywolf die Waage, ne? Ungefähr auf gleichem Niveau. Und ja, besser als Slimer zumindest noch. Aber es ist nicht sonderlich gut. Und durch Evolid können wir das Ganze auch nicht mehr aufbessern. Aber hey. Ansonsten trägt es gerade Voltium-Set. Ich würde ganz gerne hier ein bisschen was dran ändern an den ganzen Set-Steinen. Ich würde, glaube ich, ganz gerne nur einen behalten. Und das wäre eben der von Kasi. Weil die Attacke mag ich halt wirklich sehr gerne. Von den anderen würde ich gerne das Item wieder wegnehmen. So, einmal Voltium. Dankeschön. Und von dir hätte ich ganz gerne das Silvarunium. Obwohl wir Voltium uns noch nicht angeguckt haben, oder? Deswegen könnten wir es eigentlich auch weiterhin geben. Ich habe es selbst auch noch nicht gesehen. Ich wollte es eigentlich gegen Blocky eventuell einsetzen. Aber hat nicht weiter geklappt. Deswegen würde ich sagen, geben wir das dann doch nochmal. So, bitteschön. Sarah trägt jetzt dieses wunderbare Item. René braucht jetzt noch was. Aber da haben wir ja eigentlich die Wundersaat, die wir geben könnten. Und ich denke, das sollten wir dann vielleicht an dieser Stelle auch einfach mal machen. Wenn wir sie denn schnell finden. Ich weiß nicht eigentlich. Da haben wir sie. Wundersaat. Okay. Wunderbar. Wundersaat haben wir. Wunderbar. Wunderbähchen. Alles klar. Ansonsten Sarah, Regos würde ich ganz gerne trainieren. Bleibt alles beim Alten. In Ordnung. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir nochmal zurück zum Häuschen. Jetzt, wo wir ein bisschen besser in Form sind. Und versuchen, das ein oder andere Pokémon zu fangen. Unter anderem auch Mimigma. Ich wollte eigentlich im PokéWiki nachgucken, wie die Werte von Mimigma so aussehen. Aber, habe ich vergessen. Muss ja aber nicht schlecht sein. Denn wenn wir unser eigenes fangen, dann können wir das ja auch da nachgucken. Wie die Werte so im Vergleich zu unserem restlichen Team sind. Denn der Angriff schien nicht allzu schlecht zu sein. Zumindest hat der Knuddler relativ viel Schaden gemacht. Okay. Jetzt würde ich vielleicht doch ganz gerne wieder Skywolf erstmal nach vorne packen. Einfach falls Pokémon kommen, die wir bereits kennen, dass wir da vor denen fliehen können. Das geht mit Slimer und Geowatz wahrscheinlich nicht so gut. Wegen der mangelhaften Initiative. Okay. Wir haben hier einmal ein Alpollo, was wir bereits gefangen haben. Also zumindest ein Nebula kam es schon. Alpollo bin ich mir nicht sicher. Es wurde auch ein klein bisschen kritisiert. Zumindest wurde es angemerkt, dass es nicht so gut gefunden wird, dass wir Weiterentwicklungen fangen. Also wir haben ja Nebula zum Beispiel, dass wir jetzt ein Alpollo fangen. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Andererseits hat es eben sehr, sehr viele praktische Gründe fürs Let's Play. Zum einen füllen wir da mit dem Pokédex, was ganz gut ist, weil wir uns unter anderem Glücksei zum Beispiel holen können, wenn wir 50 Einträge haben. Zum anderen erleichtert es uns das Training, dass wir zum Beispiel unseren Nebula nicht hochziehen müssen, sondern direkt ein stärkeres Alpollo haben. Und zum anderen, selbst wenn wir es nicht machen würden, müssten wir die Pokémon trainieren. Um die trainieren zu können, müssten wir den EP-Teiler anschalten. Und da würden dann eben auch alle anderen Pokémon wieder von profitieren. Und die würden immer weiter overlevelt werden, je mehr Pokémon von uns sterben, weil wir dann wieder neue hinterherzüchten müssen und so weiter und so fort. Und das ist so im Prinzip der Grund, warum ich das mache, weil es eben einiges erleichtert. So, jetzt haben wir Alpollo bekommen. Wunderbärchen. Wurde registriert. Alles klar. In Ordnung. Es ist lichtscheu und bevorzugt die Dunkelheit. Aufgrund der hellen Lichter der Großstädte ist es dort vom Aussterben bedroht. Okay. Das ist tatsächlich eine interessante Sache. Und ja, wir möchten Alpollo einen Spitznamen geben. Ich muss aber allerdings kurz die Namensliste rauskramen. Und zwar hat sich Hanna gewünscht, ein Geist-Pokémon zu sein. Und du bist jetzt unser Alpollo. Willkommen im Let's Play. So. In eine PC-Box erstmal. Dankeschön. Die werden alle momentan in die Toten-Box abgelegt, was nicht so praktisch ist. Falls ich das jetzt nicht geändert habe. Keine Ahnung. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht. Mimigma, wenn es das gibt, würde ich fast vermuten, dass man das wirklich super, super selten nur findet. Deswegen müssen wir mal gucken. Wir können aber auch versuchen, zu diesem geheimen Raum zu kommen. Vielleicht kann man da Mimigma nochmal treffen. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde es auf jeden Fall super, super gerne fangen. Einfach um zu gucken, wie es so mit den Werten steht. Es scheint ja doch ein Pokémon zu sein, das angreifen kann. Ich hätte wirklich Konterspiegel-Cape sowas in die Richtung erwartet. So ein zweites Wo-Innen genau. Ich weiß gar nicht warum, ob es da irgendein Anzeichen für gab. I don't know. So, dann sind wir hier lang gelaufen. Genau, ich erinnere mich noch so, als wäre es gestern gewesen. Was ist das denn da überhaupt für ein Bild oder für eine Zeichnung an der Wand, die man nur so halb sieht? Und es tauchen irgendwie nur Alpolos auf. Das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Gibt es denn hier kein Mimigma? Also, dumme Frage. Es wird hier ein Mimigma geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ist denn hier kein Mimigma bereit, sich mir entgegenzustellen? Sich mir zu zeigen? Und eventuell Teil unseres Teams zu werden? Also, was ist das jetzt hier? Es ist irgendwie ein Flauschling auf jeden Fall. Und irgendwas noch. Keine Ahnung. Vielleicht noch ein Savajone oder sowas. Was ja durchaus dafür stehen könnte, dass es hier gute, leckere, süße Sachen gab. Ein Klavion. Ah, okay. Auch definitiv nichts für unser Team. Aber ein sehr, sehr gutes Pokémon tatsächlich. Weil es eben Strolch haben kann. Und die Fähigkeit könnte es auch jetzt haben. Wodurch es dann schneller wäre als wir. Ich weiß. Y wollten wir drücken. Und wir werfen mal den Flottball. Ich hoffe, dass es leicht zu fangen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wieso die Fangenrate bei Klavion aussieht. Allgemein habe ich überhaupt keine Ahnung von Fangenraten. Oh, scheinbar nicht so schwer. Denn wir haben es mit einem Wackler bereits eingefangen. Hervorragend. Okay. Dann gucken wir mal, ob jemand Vieh sein wollte. Ich erkenne jedenfalls momentan noch keinen. Und Stahl jetzt glaube ich auch niemand. Zumindest nichts von den allerersten Namen. Müsste ich sogar nochmal runterscrollen kurz. Kriegen wir glaube ich ganz kurz nebenbei hin. Möchte hier jemand Vieh oder so sein? Vieh oder Stahl sieht nicht danach aus. Nein. Okay, dann nehmen wir den nächsten Namen. Und zwar nennen wir Klavion ja erstmal den Pokédex-Eintrag. Wollen wir uns ja mal angucken. Ist ja doch Pokémon der sechsten Generation. Demzufolge hat es noch gar nicht so viele Pokédex-Einträge gehabt. Hat bestimmt Dion 9 bekommen. Sein Fortsatz steckt es gerne in metallene Zwischenräume, um Metall-Ionen abzusaugen. Sammelt aus unerfindlichen Gründen Schlüssel. Hm. Hier stellt sich mir auch die Frage, was davon ist jetzt tatsächlich das Feen-Pokémon? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich dieser große Schlüssel. Und die anderen Schlüssel gehören halt gar nicht zum Pokémon. Sondern die trägt es halt immer so mit sich rum. Ist halt ähnlich wie mit diesem Blumenkranz-Pokémon. Das Name mir gerade nicht einfällt. Genau. Wir nennen das nächste Pokémon, also dieses Klavion hier, natürlich wieder entgegensetzlich zu seinem Geschlecht Dominik, ist jetzt auch mit dabei. Herzlich willkommen im Let's Play und herzlich willkommen erst einmal auf der PC-Box. So. Gut. Dann haben wir jetzt ein Klavion gefahren. Damit habe ich gar nicht unbedingt gerechnet jetzt hier. Macht schon durchaus Sinn. Passiert hier eigentlich irgendwas? Bewegt ihr euch oder so? Gibt es hier irgendwelche Anzeichen für Mimikma? Wo war denn eigentlich dieser Fahrstuhl jetzt? Wo wir drin waren? Oder dieses Räumchen? Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Also sie meinte ja, dass es diesen Raum gar nicht geben würde. Nicht, dass man Mimikma nur da findet und den irgendwie nur an einem bestimmten Wochentag, zu einer bestimmten Uhrzeit, nur in der Nacht beispielsweise, freischalten kann oder so. Ich weiß es halt überhaupt nicht. Hier war der, oder? Ich glaube, hier war der Raum zum Mimikma. Aber ob es einfach hier random auftauchen kann, bin ich mir nicht sicher. Jetzt haben wir hier noch ein Golbart vor uns, in Ordnung. Hallöchen, Golbart. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, alles wunderbar bei dir und deinem kleinen Fledermausleben. So. Na, Y. Immerhin merke ich's, glaube ich, immer früher. Also, irgendwann habe ich's drauf, Leute. Irgendwann. Okay, komm schon, Golbart. Lass dich fangen. Einmal wackeln. Zweimal wackeln. So ist es fein. Dreimal wackeln. Und wir haben einen Golbart gefangen. Hervorragend. Wollte jemand ein Flug-Pokémon sein? Ja, da haben wir tatsächlich jemanden, der ein Flug-Pokémon sein wollte. Dann erfüllen wir diesen Wunsch doch gleich mal, ne? So. Für Golbart wurde ein Eintrag am Pokédex angelegt. Zubart hatten wir schon. Jetzt haben wir auch einen Golbart. Recht cool eigentlich, weil die Pokémon ja auf jeden Fall Blutsauger lernen können. Und das ja sogar irgendwie ihre Spezialattacke fast ist, könnte man meinen. Manchmal saugt es so viel Blut, da haben wir's schon, dass es hilflos zu Boden fällt und leichte Beute für andere Pokémon wird. Und da Blutsauger eben so stark ist, finde ich das ganz cool. Also wurde Golbart so ein bisschen verstärkt, denke ich mal. Genau, wir nennen unser Golbart jetzt sogar entsprechend dem Geschlecht, soweit ich das beurteilen kann. Gekki, auf geht's. Willkommen bei uns. Und willkommen in der PC-Box. So, wunderbar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf den Weg nach draußen. Und wenn jetzt auf den Weg noch Pokémon kommen, hoffen wir einfach, dass es Mimikma ist. Ansonsten, keine Ahnung, müsste ich das vielleicht mal offscreen machen oder so. Weil auf Mimikma hätte ich zumindest Bock, mir das anzugucken. Es ist schon sehr traurig, das kleine Wesen. Und ich möchte eben eine Familie sein. Wie eine Familie sein. Wie eine Mami, die auf sein kleines Kindchen aufpasst, das in der Schule gemobbt wird. So möchte ich für Mimikma sein. Aber es scheint mir verwehrt zu bleiben. Ähm, ja. Leider Gottes, ne? Leider Gottes. Okay, wo ist der Ausgang? Ist der jetzt... Ich hab grad ein Mimikma-Geräusch gehört. Oh, das ist nur ein doofes Golbart. Oh, Mimikma, bitte. Komm und zeig dich. Ich glaub, Mimikma ist tatsächlich eines der wenigen Pokémon, die ich am Ruf erkennen kann. Einfach, weil es dieses Mimikma-Lied gibt. Was wir, glaub ich, auch im letzten Part benutzt habt. Äh, werdet ihr sicherlich auch in der Videobeschreibung gefunden haben. Den Link zum Song, zum Deutschen. Der Japanische ist ja, glaub ich, wirklich von Pokémon. Tatsächlich. Und dann wurde das eben mit deutschem Text auch nochmal eingesungen. Sofern ich das tatsächlich eingepflügt habe, so wie ich es geplant hatte. Okay, Golbart. Schade. Dann, ähm, soll Mimikma uns heute noch nicht besuchen. Oder noch nicht vergönnt sein. Ah, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bye-bye, Golbart. War wirklich sehr, sehr schön mit dir. Gut. Naja. Ciao, Mimikma. Melde dich mal. Melde dich mal. Okay, dann, äh, würde ich sagen, als nächstes Zielchen werden wir hier ein bisschen rumsurfen. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt hier irgendwo Items gibt oder so. I don't know. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir lassen Wolverog einfach mal vorne. Hier haben wir zumindest was. Achso, hier können wir die Angel reinwerfen. Ne, ne, lass mal gut sein. Auf Angeln habe ich gerade nicht so Bock, auch wenn wir hin und wieder mal coole Sachen finden können. Aber ich möchte hier eigentlich größtenteils nach Items suchen und eben auf dieses Plateau gehen. Und da haben wir noch einen Schwimmer. Das ist hervorragend. Den können wir nämlich hier einmal ganz kurz wechseln auf... Machen wir Sarah. Sarah kriegt das schon hin mit Elektroattacken. Können wir zumindest mal Voltium Z sehen. Wäre vielleicht ganz gut. Hallöchen, na du? Bist du nackt? Ne, ich glaube, er hat eine Hose an. Warum ich nicht auf ein Lapras steige? Na, weil ich schneller schwimme als ein Lapras. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe dich eben ziemlich gut einholen können. Ich meine, klar, du wirst hier wahrscheinlich nicht die ganze Zeit in Höchstgeschwindigkeit schwimmen. Während ich das schon tue. Oh. Ja, Voltium Z ist vielleicht keine so gute Idee. Das wäre keine so gute Idee, glaube ich gerade. Wir attackieren mal mit Durchbruch. Weil Gufa ja uns die KP abzieht, die es hatte vor der letzten finalen Attacke. Fluch. Okay, dann steigern wir mal Angriff und Verteidigung. Finde ich in Ordnung. Also wir sollten eben schon mindestens die Hälfte abziehen, finde ich. Also sogar eher noch ein bisschen mehr. Von daher nochmal Durchbruch. Mal schauen. Mal schauen. So, jetzt haben wir noch nicht mal die Hälfte. Oh, Konter. Stimmt, das kann es ja auch noch. Und ihr seht, das macht einfach so immens viel Schaden. Wenn jetzt ein Volltreffer dabei ist, dann sind wir des Todes, ne? Ich gehe aber dennoch noch einmal auf einen Durchbruch. Ein Volltreffer wird jetzt schon nicht kommen. Okay, Magensäfte kommen jetzt. Sie senken welchen Verteidigungswert von uns? Fähigkeit wurde unterdrückt. Okay, wir haben also keine Robustheit mehr. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne zur finalen Attacke ansetzen wollen. Weshalb ich jetzt erstmal heilen werde. In der Hoffnung, dass jetzt nur Konter oder sowas kommt. Ich glaube, Gufa kann uns nicht angreifen. Ich glaube, Gufa hat gar keine Attacke, die was abziehen kann. Neben Konter und so weiter. Da kommt auch nur der Konter. Und dann würde ich jetzt sagen, gehen wir in die Vollen mit unserem Set. Donnerschlag, a.k.a. Gigavolt Funkensalve. Das ist übrigens der meiner Meinung nach übertriebenste Name. Aber schauen wir mal, dass wir Gufa hier besiegen werden. Gufa auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes und gefährliches Pokémon. Sarah nimmt also eine Kraft zusammen, halt ihre Kraft zusammen und setzt Gigavolt Funkensalve ein. Auch ganz nett, definitiv. So, jetzt kommt Magenkrempler. Boah, zieht schon ein paar Kapierchen ab, ne? Bye-bye, Gufa. War echt schön mit dir. Hat Spaß gemacht. So, danke für die Erfahrungspunkte. Danke für Level 33. Wir schließen langsam zu den anderen Pokémon auf. Das finde ich gut. Und Rodrigo haben wir besiegt. Ah, schnell schwimmen zu können, hat wohl eher weniger Einfluss auf Sieg oder Niederlage in einem Kampf, ne? Naja, wenn dein Pokémon schwimmen kann und der Kampf im Wasser ist, dann würde ich schon sagen, dass das einen gewissen Einfluss haben kann. Und hier sind irgendwie so eine Art Ruinen oder sowas, ne? Auch interessant. Definitiv auch interessant. So. Ähm, genau. Dann heilen wir jetzt erstmal. Und dann können wir im Prinzip Sarah auch hier mal das Ding ins Weg nehmen. Jetzt haben wir ja die Gigavolt Funkensalve gesehen. Gibt es hier was? Phantomium Set haben wir noch nicht gesehen, oder? Das würde ich dann eigentlich ganz gerne mal, ähm, Silvaro geben. Dass wir uns die Attacke auch nochmal angucken können. Wie die so aussieht. Wir wollen die ja alle mal sehen zumindest, ne? Wenn wir schon die Dinger haben. Ähm, ja. Und dann würde ich jetzt ganz gerne noch ein Item finden für den werten Herrn Geowatz. Beziehungsweise Sarah. Äh, Schattenglas hätten wir ja. Und Lichtattacke haben wir, glaube ich, nicht drauf. Ne Bandsticker, Donnerstein, Eisbocken. Liebiges Eis. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie was Cooles haben. Wir hätten auf jeden Fall, ähm, Dingens. Hier, äh, Steinattacken verstärken. Aber das trägt halt gerade Volvorock. Deswegen macht das wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Und was anderes scheinen wir nicht zu haben. Gute Karte, Sandglocke, Schutzband. Das macht doch alles keinen Sinn. Schutzband könnten wir geben gleich. Seidenschall, Versteck, Normalattacken haben wir, glaube ich, auch nicht. Ne, hier macht nichts weiter Sinn. Dann, äh, geben wir jetzt einfach mal nicht den Seidenschall, sondern das Schutzband. Falls wir Geowatz mal vorne haben, sollen dann eher weniger Pokémon kommen, nehme ich mal an. So, da können wir es nämlich jetzt auch einfach mal vorne lassen. Und damit ein bisschen rumsurfen. Dann sollte ja nicht direkt ein Pokémon kommen. Okay, und hier sind wir an dieser komischen Ruine angekommen. Und hier gibt es eine TM. Und zwar Spukball. Okay, Spukball ist nice. Können wir auf jeden Fall speziellen Pokémon geben. Ich weiß nicht, ob es irgendwer lernen kann. Aber nachgucken können wir zumindest mal, ne? Silvaro und, ähm, Dings könnten das lernen. Finde ich beides nicht so sinnvoll. Spukball für Silvaro, klar. Aber da haben wir ja schon eine physische Attacke. Und physische ist es, glaube ich, etwas stärker drauf. Deswegen macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Ähm, dann lasse ich hier nochmal ganz kurz langsurfen, ob es hier irgendwo noch ein Item gibt. Unvorstellbar wäre es ja nicht. Aber es sieht erst einmal nicht danach aus. Dann gehen wir wieder an Land. Und hervorragend, dass kein Pokémon gekommen ist. So. Äh, ist Sarah eigentlich wieder fit? Ich weiß es gar nicht so genau. Sarah, bist du fit? Sarah ist fit. Sarah ist immer fit für den nächsten Kampf. Und, äh, da wird es auch direkt reingeschickt werden dann gleich. Vielleicht, hoffentlich. Mal gucken. Was uns jetzt im Adderhaus erwartet. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob es Unterschiede gibt, ob es Tag oder Nacht ist, was die Pokémon angeht, die erscheinen. I don't know. Könnte sein? Muss aber nicht sein. Ähm, okay. Ich sehe da auf jeden Fall schon wieder Fran oder Fran. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und Team Skull. Na gut, Geowatz. Ich denke, wir sind bereit, oder? Was ist hier los, meine Freunde? Wow, den Kleinen habt ihr ja ausnahmsweise ja mal richtig schnell abgefertigt. Das bin ich von euch lahmen Enten, lahmen Enton gar nicht gewohnt. Bisher habt ihr euch ja von jedem dahergelaufenen Bike fertig machen lassen. Aber um den da kümmere ich mich trotzdem lieber selbst. Okay, habt Tali besiegt, oder was? Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich nächstes Mal ernst. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay, also machst du jetzt ernst, ja? Das heißt, wenn wir dich jetzt besiegen, dann haben wir dich auch tatsächlich ernsthaft besiegt. Das ist gut zu wissen. Denn Angst vor einer Niederlage habe ich eigentlich eher selten. Angst vor Verlusten, die sind durchaus existent. Okay, wir haben ein Gollbart zuallererst. Das finde ich in Ordnung. Weil da können wir mit einem schönen Donnerschlag eigentlich mächtig reinhauen. Mir widerstrebt es immer noch, um ein bisschen Donnerschlag einzusetzen. Weil ich mir denke, eigentlich ist Felshoof doch stärker, weil es Stab bekommt. Aber das ist natürlich Bullshit, weil Donnerschlag genauso Stab bekommt. Aber Geowatz ist für mich halt nach wie vor noch kein Elektro-Pokémon. Aber mal sehen, wann ich mich dran gewöhnen werde, dass es eben doch so ist. Gollbart bekommt erstmal voll auf die Fresse. Und das reicht nur fast aus. Das ist ja fast schon schade jetzt. Naja, müssen wir nochmal hinterher setzen. Gollbart greift zumindest nur mit Giftzahn an. Solange da jetzt keine Vergiftung bei rumkommt, ist alles in Ordnung. Aber es kommt natürlich mit Vergiftung bei rum. Okay, Gollbart haben wir besiegt. Mal gucken, wer der nächste Kandidat ist, der gegen Sarah antreten soll. Und ob wir Sarah tatsächlich auch drin lassen, ist natürlich die nächste Frage. Ähm, es kommt als nächstes Amphira. Ein sehr gefährliches Pokémon, würde ich zumindest mal sagen. Ähm, dem wir glaube ich, dass wir lieber nicht unterschätzen sollten. Und deswegen werden wir... Ist es Gift? Ja, okay. Wir gehen mit Lukas mal rein in den Kampf. Lukas könnte durchaus auch mal wieder ein Levelchen gebrauchen. Passt von daher ganz gut. Und ist eben ganz klar im Typenvorteil. Deswegen ist das schon ganz nett, wenn wir Amphira hier irgendwie auskonklen können. Ich bin übrigens momentan immer noch dazu am Tendieren, dass wenn wir dann unseren dritten Joker bekommen werden, dass wir uns auch unseren Molunk zurückholen. Denn Amphira sieht doch schon ziemlich nice aus. Und das würde ich doch ganz gerne im Team haben. Okay, wir gehen mal auf Siedewasser. Da kommt der Funkenflug. Das sollten wir aber ganz easy aushalten. Jo, gar kein Problem. Von unserer Seite kommt der Siedewasser. Alles klar. Das Siedewasser und Amphira ist down. Okay, Fran, war jetzt nicht so krass die Leistung von dir, ne? Danke für Level 37, aber trotzdem. Dafür hat es zumindest gereicht. Kannst du ja angeben bei Team Skull, ne? Ja, ich habe immerhin ein Pokémon von dem kleinen Wicht auf Level 37 gebracht. Vielleicht bringt dir das weiterhin irgendwie Erfolg in deiner Karriere oder so. Hm, ich kann mich selbst nicht mehr aussehen. Mann. Oh, da ist aber jemand beleidigt jetzt, was? Das tut mir sehr leid. Tut mir wirklich leid, Fran. Mann, du hast es echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs sich nicht im Nullkommanichts vom Platz wegen können. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du das auch tust, haben wir ein Pokémon aus dem Haus hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgeben, musst du zu uns kommen. Und zwar alleine. Unser Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Pou willkommen zu heißen. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist eine Falle. Und die wollen mich da eliminieren. Oder rekrutieren. Kann natürlich auch sein. Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Oh nein. Hoffentlich geht es allen gut. Ja, allen ja scheinbar nicht, wenn du nicht zugehört hast. Oder falls du nicht zugehört hast. Solange es nicht Pew ist. Armes, kleines Mangunio. Das werden sie uns büßen. Aber ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug von diesen Hohlschädeln. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Flo muss alleine nach Pou gehen, so wie sie es gesagt haben. Hat irgendwer gesagt, dass wir alleine da hingehen müssen? Ich glaube nicht, Harley. Genau. Denn in Pou befindet sich das Hauptquartier von Team Skull. Aber keine Sorge. Ich kenne da jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Such einfach auf Route 50 nach einem Mann in einem sehr auffälligen Outfit. Ähm, okay. Bitte hilf meinem kleinen Mangunio. Ich gebe dir auch hier das hier dafür, okay? Ein Sonderbonbon. Okay, dankeschön. Nehme ich gerne mit. So. In Ordnung. Hoffentlich geht es dem Mangunio gut. Schnell, wir müssen ihm helfen. Okay, wir machen uns ja direkt auf den Weg. Vielleicht gucken wir ganz kurz im Pokémon Center nochmal vorbei. Und dann sollten wir aber ready sein, um dort lang zu gehen. Ich denke mal, wir müssen auf die Route da, wo auch das Fähnchen steht. Wäre zumindest einigermaßen logisch, wenn man da hin müsste. Gut. Äh, wir sind theoretisch mit der Zeit schon drüber. Deswegen würde ich einfach sagen, beenden wir die Folge hier jetzt. Und werden beim nächsten Mal dann Team Skull verfolgen. Beziehungsweise nicht verfolgen, sondern die warten ja auf uns. Das ist jetzt nicht so, als wenn sie vor uns davonlaufen würden. Das kann man denen vielleicht ganz gut anrechnen. Dass sie sich uns stellen. Und nicht irgendwie aus dem Weg gehen wollen. Aber mal gucken, ob das eine clevere Idee ist. Oder ob sie vielleicht doch lieber die Flucht hätten suchen sollen. Von daher, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüssi.